Inmitten der ganzen Frustration, die wir so am Kryptowährungsmarkt erleben, gibt es endlich mal wieder positive Neuigkeiten. Und zwar sehen wir uns eine ziemlich zukunftsorientierte Partnerschaft zwischen Helium und einem weiteren Großkonzern an, was genau dahinter steckt und vor allem welches Potenzial in der Theorie in dieser Partnerschaft noch schlummert und vor allem wo die Reise mit Helium hingehen kann. Über all diese Themen sprechen wir jetzt in Ruhe. Und damit ein herzliches Hallo. Ich hoffe, du hattest bis hierhin einen wunderbaren Tag. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da. Das würde mich auf jeden Fall extrem supporten. Wir stellen uns natürlich, bevor wir in die News rein starten, die Frage, was Helium eigentlich ist. Helium selber ist ein dezentrales Blockchain-gestütztes Netzwerk für IoT-Geräte. Das Hauptnetz selber wurde im Juli 2019 gelauncht und ermöglicht es, drahtlosen Geräten mit geringem Stromverbrauch miteinander zu kommunizieren und Daten über sein Netz von Knotenpunkten zu senden. Knotenpunkte gibt es in Form von sogenannten Hotspots, die eine Kombination aus einem drahtlosen Gateway und einem Blockchain-Mining-Gerät sind. Nutzer, die Notes betreiben, minen somit und verdienen sich Belohnungen in Helium. Und das ist dann der netzwerkeigene Kryptowährungstoken HNT, der dahinter steckt. Und das Ziel ist es, die IoT-Kommunikation für die Zukunft vorzubereiten und Unzulänglichkeiten in der gegenwärtigen Infrastruktur seit ihrer Entstehung im Jahr 2013 zu identifizieren und diese dann eben langfristig zu lösen. Die Idee erst einmal wirklich extrem spannend, gerade eben in großen Städten natürlich deutlich ausgeprägter wieder wie in zum Beispiel einigen ländlichen Regionen. Das ist natürlich immer eine dieser Krankheiten, die wir sowieso bei diesem ganzen Mobilfunk-Thema eben haben. Zum Beispiel auch das Thema 5G. Das sollte initial eigentlich vor allem im ländlichen Raum ausgerollt werden. Man hat sich aber dann natürlich für die zahlungskräftigeren Regionen eben entschieden, wie zum Beispiel eben Großstädte Berlin, Hamburg, München und so weiter. Und dort wurde das dann wieder ausgerollt und wir haben auf dem Land immer noch keine wirkliche Netzabdeckung willkommen in Deutschland. Aber hierbei geht es vor allem eben um einen internationalen Ansatz. Und genau das ist so super spannend. HNT konnte vor allem im Laufe des letzten Jahres ordentlich an Preis einbüßen. Wir sehen hier ein All-Time-High von ungefähr 46 Euro pro Stück. Mittlerweile sprechen wir hier lediglich von ungefähr 5,16 Euro. Das ist natürlich eine ziemlich verrückte Situation, in der wir uns hier befinden. Aber diese Situation ist deswegen natürlich wiederum nicht so verrückt, weil wir uns sowieso in einem Bärenmarkt befinden und der Kryptowinter uns seit einiger Zeit natürlich schon in Bann hält. Von daher ist das eben eine Situation, mit der wir an vielen Ecken und Kanten aktuell leben müssen. Wir gucken uns einmal die spannende Partnerschaft an und zwar hat Helium angekündigt, mit T-Mobile zusammen einen 5G-Mobildienst zu starten. Das ist wirklich so die größte positive Neuigkeit, die man im Helium-Umfeld in den letzten Wochen so mitbekommen konnte. Und das gucken wir uns einmal gemeinsam an. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was Helium eigentlich ist und wie sie versuchen, mit ihrem IoT-Netzwerk Probleme zu lösen. Das Ganze soll nun eben in der Partnerschaft mit T-Mobile in den USA starten und soll eben dieses dezentrale 5G-Netzwerk aufbauen bzw. eben verfügbar machen. Und das bedeutet, dass wir dann wahrscheinlich Anfang 2023 in den USA die Möglichkeit haben, diesen Dienst zu abonnieren. Das Ganze funktioniert wie auf vielen verschiedenen Plattformen von verschiedenen Providern. Man sucht sich also letztendlich einen Tarif aus und kann dann online gehen. Der günstigste Tarif, der aktuell verfügbar ist, der kostet insgesamt 5 Dollar pro Monat und wir haben hier insgesamt einen Gigabyte an Datenvolumen, keine weiteren Funktionalitäten. Das Ganze sieht dann aber zum Beispiel beim 5 Gigabyte und Unlimited Tarif anders aus, denn hier wird zum Beispiel auch das Thema Telefonie und SMS mit reinfallen. Hier sind aber noch keine Preise announced worden. Das wird sicherlich noch in der Zukunft passieren. Außerdem wurde bereits angekündigt, dass in dem Moment, wo die Nutzung massiv nach oben schnellen wird oder sollte, dass eben auch die Preise entsprechend angepasst wird und eher runter reduziert werden. Das ist natürlich schon mal eine ziemlich positive Aussicht, von der natürlich alle profitieren können. Außerdem können Kunden dann auch den sogenannten Mobile Token schürfen. Man hat also auch hier wieder eine passive Einkommensquelle geschaffen. Eine ziemlich spannende Geschichte. Übrigens kannst du über den ersten Link in der Videobeschreibung dir direkt HNT Token kaufen und das bis zu 10 Euro erst einmal kostenlos. Das Ganze ist extrem einfach. Du meldest dich einfach auf der Seite Bitwavo an über den ersten Link und verifizierst dich. Innerhalb von zwei Werktagen hältst du dann diese 10 Euro als Willkommensbonus und die kannst du direkt in HNT investieren und so eben an den nächsten Schritten von Helium teilhaben. Eine ziemlich spannende Angelegenheit, wie ich finde. Deswegen nutzt die Chance definitiv. Wir gucken uns das Ganze noch etwas weiter an, denn es gab bereits in der Vergangenheit einige Vorwürfe zum Beispiel gegen die Gründer. Und zwar hat sich Forbes mit dem ganzen Thema beschäftigt und hat herausgefunden, dass die beiden Gründer zum Start des Projekts einen Großteil der HNT Token gehortet haben. Wir sprechen hier von ungefähr einem Viertel der Token, die laut Forbes wohl innerhalb von kürzester Zeit von Insidern geschürft worden ist und die dann eben zurückgehalten worden sind. Und das hat natürlich einen ziemlich bitteren Beigeschmack und bedeutet natürlich auch, dass sich womöglich diese Gründer in dem Fall bereichern wollen. Sie streiten das Ganze natürlich aber wiederum ab und wir wissen außerdem, dass aktuell große Probleme mit den sinkenden Belohnungen gerade stattfinden. Bedeutet also, Helium ist zwar extrem gewachsen, aber wir haben das große Problem, dass sich immer mehr Nutzer darüber beschweren, dass die Belohnungen kontinuierlich beim Schürfen fallen. Es gibt einige Reddit-Threads dazu, es gibt auf Twitter immer mehr Posts zu dem ganzen Thema. Und das ist natürlich auch in gewisser Weise berechtigt, denn die Module, die man eben kaufen muss zur Bereitstellung von Brandbereite, kosten eben mehrere hundert US-Dollar. Und genau da muss man natürlich eben ansetzen. Man möchte natürlich als Investor den Return of Invest hinbekommen, seine Ausgaben also quasi wieder reinholen und im besten Fall sogar Profite eben machen. Und deswegen ist es natürlich nicht wirklich schön mit anzusehen, wenn eben die Rendite nicht mehr hoch genug ist, um den Return of Invest in einer realistischen Zeitspanne wieder zu erreichen. Es gibt immer mehr Kritik zu dem ganzen Thema. In dem Atemzug hat sich eben auch das Gründerteam überlegt, man möchte nun also nun zu Solana wechseln. Wir wissen, dass Solana zu den schnellsten Blockchains überhaupt gehört. Über 50.000 Transaktionen pro Sekunde möchten sie in der Theorie abwickeln können. Denn aber in der Vergangenheit gab es hier große Probleme, denn Solana ist einige Male ausgefallen und musste die gesamte Blockchain einmal durchstarten. Das möchte man natürlich eigentlich nicht als Betreiber eines Projekts. Solana hat angekündigt, vor allem durch Externe eben diese Probleme zu lösen langfristig. Und deswegen setzt natürlich Helium dann auch bis zum gewissen Grad auf Solana und hofft, dass diese ganzen Probleme der Vergangenheit angehören. Das bedeutet zum Beispiel, dass weite Teile der Helium-Blockchain, darunter der Token, die Governance-Struktur, als auch natürlich der Proof-of-Coverage-Konsensus-Mechanismus auf Solana laufen sollen. Ich bin sehr gespannt, ob das Ganze funktionieren wird. Die Entwickler hoffen natürlich vor allem auf Skalierbarkeit und Interoperatibilität des Protokolls, was natürlich hier nochmal einiges an Auftrieb generieren sollte. Wir wissen, dass aber auch solche Schritte einige Zeit brauchen. Die Unterstützung der Community haben sie aber bereits. 81% stimmten bereits für den Wechsel zu Solana, denn die meisten Investoren erhoffen sich dadurch natürlich, dass das IoT-Projekt nochmal ordentlich durch die Decke geht. Ich persönlich bin sehr gespannt, ob das Ganze funktioniert. Der Weg ist in der Regel weit und man muss natürlich erst einmal die Migration hinbekommen, also den Blockchain-Wechsel letztendlich. Das Ganze muss reibungslos funktionieren und wir brauchen natürlich eine extrem hohe Uptime bei Solana. Auf der anderen Seite ist es natürlich richtig spannend mitzuerleben, dass sich Nova Labs also nun mit T-Mobile zusammengetan hat, um das Thema Helium-Mobile launchen zu können. Eine richtig spannende Angelegenheit. Q1-23 wurde ja bereits angekündigt und eben das passive Einkommen über Mobile-Token mitzuimplementieren ist natürlich eine richtig spannende Angelegenheit. Das Ganze würde ich extrem gerne in Europa testen. Aktuell wird das aber erst einmal nur in Amerika gelauncht und deswegen müssen wir uns wahrscheinlich in Europa noch einige Wochen, wahrscheinlich eher Monate, gedulden, bis es hier tatsächlich auch eine Implementierung gibt. Eine richtig spannende Angelegenheit für mich. Ich bin sehr gespannt, ob Helium durch den neuen Dienst dann eben Auftrieb bekommen wird, vor allem in dem Kryptowinter, in dem wir uns gerade eben befinden. Und bin natürlich auch auf deine Meinung gespannt, deswegen schreib gerne mal deine Meinung unten in die Kommentare zu dem ganzen Thema, dann können wir uns dazu mal in Ruhe austauschen. Ich werde dich diesbezüglich natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, deswegen lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, falls dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Ansonsten geht es natürlich morgen weiter mit dem nächsten spannenden Krypto-Video. Ansonsten wünsche ich dir natürlich heute erstmal noch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische.